Was ist der Grund für eine Veränderung? Es ist oft so, dass die Kunden was suchen. Sie haben ein Stichwort, wonach sie suchen. Weil sie glauben, es ist der Grund einer Veränderung oder einer Erfolgsorientierung im Unternehmen. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist oft, alte Verkaufsmethoden, alte Salesmethoden, aber auch alte, ich sag mal, Teamprozessmethoden passen heute nicht mehr. Unsere Aufgabe ist, das bei unseren Kunden zu sensibilisieren und auch herauszuholen, dass wir einfach dem Kunden wirklich deutlich machen, seinen heutigen Kontext mal zu verlassen. Nämlich, dass wir wirklich bei unseren Kunden Resultate erwirtschaften, ist erstmal ein Versprechen. Der Hebel ist, sagen wir die Personen, das sind diejenigen, die das Ganze treiben, die in den Projekten tätig sind. Und es ist auch die Philosophie, die Art und Weise, wie wir eigentlich damit diese Projekte gestalten, bedeuten, dass wir eigentlich jeden Einzelnen im Prozess abholen müssen. Also insofern meinen wir das sehr ernst mit der praktischen Umsetzung.